Willst du echt alles verkaufen? Wir brauchen das Geld. Deine Mom hatte einen guten Geschmack. Hey, Grandma. Wo sind Ihre Pillen? Die Pillen? Die wirken doch eh nicht. Jo, heute Nacht wird der Hammer. Ja, Baby, Party-Time. Jo, ist echt heiß, ha? Ich glaub, die ist grad mit Tom zusammen. Lang nicht gesehen. Wie geht's deiner Grandma? Ganz gut. Gut? Ja. Wir gehen nackt baden im Stausee. Kannst ja mitkommen. Viel Spaß. Werden wir haben, dir auch. Hey! Alles okay? Alex, wo bist du? Du kannst bei mir pennen, wenn du willst. Eine Suchmeldung. Die Polizei ist auf der Suche nach der 17-jährigen Alex Laney. Sie wurde heute Morgen als vermisst gemeldet. Morgen, Liebling. Ich mach ein paar Besorgungen. Schürf, du musst dir das ansehen. Sie hat Superkräfte oder sowas. Wie fühlt es sich an? Alex, funktioniert es? Du bist Alex Laney, oder? Ihr müsst sofort einsteigern. Wer sind sie? Ich kenne die. Sie sagen, das sind also Alien? Traumschiffe. Wir riefen, sie antworteten. Da war etwas mit mir im Wasser. Ich kann es immer noch fühlen. Gibt es noch andere wie mich? Gehen wir. Alex. Alex! Alex! Lass sie los! Ist sie stabil? Sie ist anders als die anderen, Kate. So! Okay. Ich hab' dich schon lipschen.